Es ist ein neues Jahr und wie wäre es mit ein paar neuen Vorsätzen für 2024? Dieses Video zu schauen ist der richtige Ansatz dafür, denn ich zeige euch, wie ihr euer Leben verändern könnt und mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben bekommen könnt. Alles wird teurer, wie wäre es dann, zum Beispiel mit 1000 Euro mehr im Monat zu haben und einige Rechnungen davon zu bezahlen. Das geht mit einer von den Nebenbeschäftigungen, die wir euch heute zeigen. Ganz egal, was eure Ziele sind, eine Beschäftigung auf eurer Liste passt euch sicher ganz gut. Das Beste daran ist, der Start eures Business ist völlig kostenlos. Ihr braucht kein teures Equipment, ihr braucht keine kostenpflichtigen Apps und es gibt keine Werbung oder andere Nebeneffekte. Also lasst uns direkt mit Nummer 1 starten. Faceless YouTube Channels sind gerade voll im Trend. Ihr könnt mit so einem Kanal einige hundert Euro im Monat ganz einfach verdienen, je nach Aufwand, den ihr investieren wollt und nach oben ist keine Grenze gesetzt. Ihr könnt sogar Gott doppelt verdienen. Erstens bekommt ihr Geld für die Klicks von YouTube, die eure Videos erreichen und zweitens könnt ihr Affiliate Links unter eure Videos posten. Schauen wir uns zum Beispiel mal ein Video an oder ein Beispiel an, wie viel Geld man mit Klicks verdienen kann. Nehmen wir den Faceless YouTube Channel von Brainydose. Dieser postet Videos zu Gesundheit, Motivation, Psychologie sowie informative Videos zu vielen anderen Themen. Im letzten Monat hat dieser Channel 1,5 Millionen Aufrufe erzielt. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Verdienst pro 1000 Klicks von 5 Euro ganze 7500 Euro. Wobei Videos zu Themen, Finanzen über 10 Euro pro Klicks bezahlen. Hier seht ihr eine Übersicht über die beliebtesten und bestbezahlten Nischen bei Faceless YouTube Kanälen. Dazu gehören Themen wie Gesundheit, Wohlstand, Finanzen, Online Geld verdienen, Psychologie und viele weitere. Habt ihr einen YouTube Channel aufgebaut und eine Community von Abonnenten aufgebaut, könnt ihr neben den Klicks auch sehr gut Geld mit Affiliate Marketing oder anderen Produkten verdienen. Schauen wir uns zum Beispiel mal den YouTube Channel von Ali Abdal an. Er hat eine beachtliche Anzahl an Abonnenten und Klicks. Allein im letzten Monat hat er 9,5 Millionen Klicks auf seine Videos erhalten. Das macht bei 5 Euro pro 1000 Klicks alleine 47.500 Euro an Verdienst an Werbung alleine von YouTube. Zusätzlich postet er auch unter jedes Video Affiliate Links sowie Links zu anderen eigenen Produkten wie Bücher, die er geschrieben hat und so weiter. Wie viel er damit zusätzlich verdient, sagt er nicht. Er selbst sagt aber, er hat 6 Monate und 52 Videos gebraucht, bis sein YouTube Channel Geld verdient hat mit Werbung von YouTube. Also bis er die 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit erreicht hat. Unser Fazit also, mit einem YouTube Channel könnt ihr Open-End Geld verdienen. Also nach oben ist wirklich keine Grenze gesetzt. Das kommt ganz darauf an, wie viel Zeit ihr investieren wollt. Der Start ist völlig kostenlos. Ihr müsst zu Beginn allerdings etwas Zeit aufwenden, bis ihr das erste Geld damit verdient. Aber dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr selbst einen Faceless YouTube Channel aufbauen könnt, dann schreibt es in die Kommentare und wir werden dazu ein Video erstellen. Wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigung. Neben Job Nummer 2 ist Pinterest Affiliate Marketing. Hierfür nutzen wir, wie der Name schon sagt, Pinterest. Ihr erstellt euch eine Pinnwand mit verschiedenen Pins. Da können Bilder von verschiedenen Ideen drauf sein und Inspirationen für alles mögliche. Schauen wir uns gleich mal etwas zum Thema Do-It-Yourself an. Hierfür geben wir zum Beispiel in die Suchleiste Do-It-Yourself ein. Ein Account zum Beispiel gehört der Benutzerin Schere-Leim-Papier. Dieser Account hat über 136.000 Follower. Hier geht es um Upcycling, Do-It-Yourself und vieles mehr. Schauen wir uns einmal ein paar Pins an. Alle ihre Pins verweisen auf ihren eigenen Blog. In diesem Blog erklärt sie alles im Detail mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Der Blog heißt genauso Schere-Leim-Papier. Und es gibt Do-It-Yourself-Deko, Möbel, Geschenke, Upcycling und Ikea-Hacks. Schauen wir uns zum Beispiel mal den Ikea-Hack hier an. Es gibt einen Beistelltisch zum Selbstbauen. In der Beschreibung sind zum Beispiel viele Schlagwörter markiert, welche dann auf YouTube-Videos verweisen. Klicken wir jetzt zum Beispiel hier auf Rödebi, kommen wir zu diesem YouTube-Video. Hier werden die ganzen Anleitungen vom Blog nochmal visualisiert und erklärt. Und in jeder Videobeschreibung sind dann alle Materialien mit Links auf Ikea und andere Seiten angegeben. Wie zum Beispiel hier diese ganzen Affiliate-Marketing-Links auf das Werkzeug von Amazon. Also, wenn Leute etwas nun über die Links kaufen, bekommt man Geld dafür. Hier wird auch direkt erklärt und verwiesen, dass die Produkte nicht teurer werden für Kunden, aber der Vermittler dafür einen kleinen Bonus erhält. Solche Affiliate-Links gibt es fast überall. Ihr könnt das über Amazon machen, da gibt es fast alles zu kaufen, aber auch für Ikea und andere Produkte und andere Partner. Schaut man sich die Affiliate-Links auf verschiedenen monetarisierten Kanälen von YouTube an, nutzt eine überwiegende Zahl der Influencer Amazon als Affiliate-Quelle. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwas kaufen will, dann ist meine erste Anlaufstelle immer Amazon. Dort wird man fast immer fündig und die Prime-Eintagslieferung spricht natürlich für sich. Je mehr solche Affiliate-Links ihr am Ende benutzt und je mehr Reichweite ihr eure Blogs oder Kanäle oder Pins bei Pinterest aufbaut, umso mehr Geld könnt ihr verdienen. Habt ihr einen hohen Traffic in eurem Video und eine starke Community aufgebaut, dann könnt ihr schnell auch zusätzlich richtig was dazu verdienen. Unsere nächste kostenlose Nebenbeschäftigung sind Print-on-Demand-Produkte verkaufen auf Etsy. Ich bin regelmäßig auf Etsy unterwegs, wenn ich auf der Suche bin nach einer bedruckten Tasse für die Kollegen auf Arbeit oder zum Geburtstag. Als Dank für Freunde, Familie, mit Sprüchen wie beste Mom oder bester Freund oder sonst was. Die Produktpalette reicht von Tassen, Shirts, Pullover, Dekoration, Fotoleinwänden und vieles mehr. Es ist spielend einfach. Ihr könnt euch einfach einen Print-on-Demand-Account auf einem der Marktführer Gelato oder Printify anlegen und direkt euren Etsy-Shop damit verbinden. Wenn ihr eine genaue Anleitung dafür haben wollt, wie das funktioniert, dann schaut euch dieses Video hier oben an und legt es selbst los. Klickt dafür einfach hier oben rechts und schaut euch das Video an. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist euch ein Design zu überlegen und auf weise Produkte drucken zu lassen. Ihr könnt direkt die Designs von Gelato nehmen, diese kosten aber etwas Geld oder wir machen das Ganze kostenlos. Und zwar nutzen wir dafür einfach Bilder von pixabay.com oder pexels.com. Aber auch rawpixel.com können wir für Shapes und Bilder ganz einfach nutzen. Und alles, was wir hier an kostenlosen Bildern und Vorlagen gefunden haben, verarbeiten wir jetzt weiter bei Canva. Und so können wir uns ganz einfach kostenlos unser Design erstellen, was wir dann auf unsere Produkte drucken lassen können. Und wisst ihr was? Das Beste daran ist, ihr braucht kein Lager, ihr müsst euch um nichts kümmern. Es geschieht alles automatisch im Hintergrund. Die vom Kunden bestellten Produkte werden direkt vom Lieferanten hergestellt und an den Kunden gesendet. Ihr werdet kein Produkt auch nur selbst anfassen müssen. Am Ende behaltet ihr die Differenz zwischen Tassenpreis auf Gelato, von dem Rohprodukt bis zu eurem Verkaufspreis auf Etsy. Das Einzige, was euch etwas Geld kostet, ist das Inserieren eurer Produkte bei Etsy. Aber die Kosten belaufen sich pro Inserat bei 20 Cent. Aber hey, das sind echt gute investierte 20 Cent. Der letzte Nebenjob für dieses Video ist ein total unterschätzender Nebenjob. Und zwar ist das Online-Kurse oder Vorlagen zu verkaufen. Schauen wir uns noch einmal eine Social-Media-Plattform aus dem ganzen Pool von TikTok, Facebook, Instagram und Co. an. Und zwar Instagram. Nehmen wir hier zum Beispiel mal PowerPoint. Die Seite Jacob PowerPoint mit über 4,5 Millionen Followern postet kostenlose Videos von einfachen Tipps und Tricks, wie ihr eure Präsentationen einfach aufmutzen könnt und wie diese vom Profi aussehen. Diese Ausschnitte sollten euch neugierig machen und bieten euch im nächsten Schritt Kurse an, wie ihr das auch einfach lernen könnt mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und so weiter. Oder noch einfacher, ihr könnt auch einfach die bereits erstellten Vorlagen kaufen und für eure Präsentation verwenden. Das beginnt mit Preisen von 18 Dollar für die Vorlagen und für die Kurse bis zum kompletten Paket mit Videos und Anleitungen für 49 Dollar. Ein weiterer Anbieter ist Fast PowerPoint. Das gleiche Prinzip wie vorher bei Jacob. Viele Tipps und Tricks, wie man seine Präsentation ansprechender und interessanter für den Zuschauer gestalten kann. Nur hier werden Mitgliedschaften verkauft. Monatlich für 49 Dollar, jährlich für 59 Dollar oder aktuell lebenslang für 159 Dollar. Das gleiche Prinzip wird auch bei Excel-Kursen angewendet. Hier haben wir zum Beispiel den Account von The Cheat Sheets. Dieser Account hat über 7,8 Millionen Follower. Es gibt zahlreiche Tipps und Tricks zu Funktionen, Programmierung und viel mehr. Auch hier werden monatlich Kurse und Zugänge zu Lernmitteln bereitgestellt. Der erste Monat kostet euch zum Beispiel hier nur 1 Dollar und kann dann 49 Dollar für jeden weiteren genutzt werden. Egal welches Programm und welche Fähigkeit ihr habt, alles was ihr gut könnt, könnt ihr anderen Leuten beibringen und in Form von Kursen und Abos verkaufen. Alles was ihr hierzu braucht, ist eine Seite, mit der ihr eure Kurs erstellen könnt. Dafür können wir zum Beispiel eine von den Anbietern auf unserer Liste auswählen und Kurse erstellen. Hier finden wir zum Beispiel Elo-Page, Teachable, Lernworlds, Thinktific und viele mehr. Schaut euch einfach die Anbieter auf unserer Liste einmal in Ruhe an und seht, was er euch am meisten anspricht. Wenn ihr dann einen Anbieter ausgewählt habt, eure Kurse erstellt habt, könnt ihr die dann auf Social Media bewerben und mit kostenlosen Ausschnitten die potenziellen Kunden neugierig machen und dann eure detaillierten Kurse auf eurer Website oder eurem Blog anbieten für Festpreise oder monatliche Abos. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen.